Ja, weil wir hier reingefahren sind und wir haben die Zeit angehangen bekommen, ey. Richtig gemein. Finde ich echt unsportlich. Dass man hier für Sachen hat gemacht sind, von denen man gar nichts kann. Voll schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, wohl nicht. Bitte lasse ich mir jetzt verbunden. Kannst du mir, schaust du mir jetzt zu? Ja. Ich bin krass am Aufpacken gerade. Du fährst echt scheiße. Danke. Hemmelfi ist wieder Erster. Ja, Hemmelfi ist schon wieder Erster? Ja. Voll gut, ey. Ich würde das so fortgeschritten. Ich würde mich nicht auf Adfinger machen, Alter. Ja, mach mal deine nächste Saison. Leer das, wenn du in die Seite bist. Kannst du das jetzt nicht in der Aufschlag sperren? Ne, ähm... Weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir gleich noch drücken. Wie gesagt, nach dem Ding meint etwas gut. Ja, ja. Ah, ja! Ich würde mich mal drücken. Ich würde mich nicht mehr aufbauen. Ich würde mich gleich wieder auf. Ich würde mich warmly einschätzen. Ja. Den habe ich mir eben locker eingekassiert. Ah ja. Jetzt um die große Aufruhr. In Shanghai. Komm! Da k xvi. Aufruhr her. Ach! Wenn ihr geguckt habt. Dann ist immer sehr froh. Jetzt kommt der Hand. Aufruhr, aufruhr. Soll ich den? Ja, ich brauche nochmal zu. Wow, wir haben einen Rekord hier. Ja, da fällst du doch ganz okay. Boah, das ist ein Prämium. Naja, welcher Platz für das SX? Das stimmt super. Prämium würde ich sogar schlechter geworden. Prämium, überholen wir den Typen, der vor dir ist. Mann, ich muss ja immer kriegen. Ja, los. Du bist so zu wenigstens reingefahren, als ich die drei schon überholt habe. Ey, das war auch so. Mein Frontflügel war ab. Ich habe das Gefühl, dass er 8-hands reaktivierter wird als das Kleiner. Ja, weil du schlecht bist. Mach halt voll. Ach, du saßt gut zu mir. Ja. Sehr interessant. Kressen war doch schlechter, oder nicht? Oh, da irre ich mich da. Willst du machen und fährst du noch im Rennen? Ich bin jetzt qualifiziert worden, dann bin ich in den Pisser reingefahren. Also. Also. Die sind mit Alana am Box. Boah. Ich bin jetzt. Also hol ich gerade jemanden, du hast das? Oder auch nicht? Nee, oder nicht. Jetzt aber. Hier kann man aber auch gerade aus den Bucks raus, also das war nicht richtig schwer. Ja, weil ich gerade sagen, du hast ja immer nur so eine easygoing-Dinge. Du bist in 6.1 schneller als dein Vordermachen. Neu, 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 neu. Ach ja, ach ja. Nein! Nein! Oh lol lol Warum hab ich schon wieder nicht geracht? Das tut doch nicht! Jajaja, das war... ... ... ... ... gut so gemacht, dass wir im Recht nicht... ... das Rokker nachvollziehen... Ach mann, so scheiße ist das... ... ... ... ... ... ... Alter, ich fühl mich gerade übelst am gereden. Ja, weil du schlecht fährst. Meine Reifen sind so um acht, um acht. Ja, wieso fährst du auch nicht in die Box? Ja, weil ich doch gerade meine Strafrunde absetzen musste. Vielleicht hätte ich gesagt, dass du eine Strafrunde. Hä? Strafik ist so sch... Ja, ich hab doch vorhin deine Strafikasche. Ja, wo du schlecht bist, Alter. Nee, weil ich jemanden weggerannt hab. Was siehst du? Du bist ein überanspruchliches Verhalten, Alter. Ja, da standen im Weg, keine Ahnung dafür. Loll. Boah, jetzt haben wir den Tromflügel noch verloren. Alter, ey. Facken wir auch nicht. Alter, mein Reifen sind so oben aus. Dann wechsel sie. Ja, ich wohne ja nicht in die Box. Ich habe viele Bockste. Ja, meine Eltern, ich bin ganz einfach. Ich bin ganz einfach dabei. Nein, ich bin ganz einfach dabei. Ja. Auch einfach mal in der Box. so so in einer Box jetzt ist Platz 19 ja ja ich denke also letzter kann ich sagen oh hinter mir ist Hamilton du bist so peinlich du bist so peinlich du bist so peinlich du hast so ne Kacke zusammen ach doch ich bin schon schämen bei mir ist ja ok ne ich fahr ja ein bisschen ein bisschen bubble auf eine gute eine gute hier auch du bist schweb du bist schweb du bist Die Böde ist ja schlecht. Alter. Hey. Hey. Hast du den Gewinnstopp irgendwann mal? Ich hab vorhin schon gewonnen. Ja, aber ich mein, ich kann auch einmal gewinnen, das ist auch nicht so das Ding. Aber halt immer mal die 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Das ist die Sache. Ja, ja, ich mein, in den nächsten Rennen fahre ich ja auch. Ich hab zu einem. Ja, ja, ja. Außerdem überhole dich. Äh, 18. Voll, jetzt krieg ich den Dauer zur Freude angezeigt. Ich bin echt nicht am Arsch. Lass sie mich überholen. Echt? Schlecht, 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 schlecht. Oh, lol. Ich hab jetzt meine Hände so weggedäumt. Läufer mir. Ja. Blätuig, schlecht, schlecht. Läufer wohlt. Nein, ich bin ein Klopfer abgestimmt. hinter dir lässt jetzt die weicheren guckens ausdähen, der nächster dreht wird also kürzer. So, ich habe mal ein bisschen Fettgemisch gestellt. In der Hoffnung, dass er auf den einen oder anderen Platz gut machen kann. In der Hoffnung, dass er bekannt ist, die zuletzt. Ja. Dein Vordermann legt etwa 15 Sekunden vor dir. 15 Sekunden. Wir sollten in den nächsten Runden direkt auf den Schiff gemischt freilich werden. Ja. 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 Was ist denn? Was ist denn das? Er sagt mir gerade, dass ich den Rutschern verringern soll, ich mache das nicht alles. Da sind wir schon von 20 auf 12 gekriegt. Und jetzt von 12 auf 10. Also von Sektor 1 auf Sektor 2. Und jetzt von 12 auf 10. Ich bin bester ey. So, ich hasse das Wort so ey, ich bin nicht dafür so töten, dass du es gerade gesagt hast. Du warst derjenige, der damit angefangen hat. Ja und jetzt, ja dann kannst du jetzt auch mal aufhören. Brauchst du jetzt nicht weiter, weil das ist scheiße das Wort. Das ist doch ein Sack. Ich so. Neue, schlechte Bestzeit. Nein. Doch, 1,40, 8, 7, 2. Nein. Mach genau so bis zum Ende weiter. Ja mach ich. Mach genau so bis zum Ende weiter. Ja mach ich. Da stand schlechteste Bestzeit. Schlechteste, ja. Schlechteste, ja. Schlechteste. Schlechteste. Erste Sektor. Er erzählt gerade natürlich alles auf eine Karte noch. Weil du da zu schlecht bist. Hä? Weil du da zu schlecht bist. Ich weiß gar nicht, wie ich bin. So, 13. Runde ist es gerade. Ja, scheiße, ich bin 18. Alter, bist du schlecht. So, aber wie es dann natürlich weiter geht, sehen wir in den nächsten Folgen, ne? Ja. Ja. Ja, wie, warum? Ja. Ich dachte, wir nehmen jetzt so weiter auf. Nee. 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 Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüß! Tschüß, Velti! Tschüü. Tschüß, tchüüß, tchüß, 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 tchüß.